Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück! Guten Morgen! Ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um sie, Ma'am, und helfen ihnen, ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so, Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind sie. Ja, das sind sie. Ich kann mir vorstellen, dass sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Guten Morgen! Vault-Tec kenne ich. Vault-Tec? Remind me again. Why, we're about you, ma'am. And helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will. Luxury accommodations, where you can wait out the horrors of nuclear devastation. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. I'm here now. So you are. So you are. Now I know you're a busy woman, so I won't take up much of your time. Time being, um... A precious commodity. I'm here today to tell you, that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Minuteman, reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschossen, um was zu bewegen. Aber... Alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Minuteman? So now I'm traveling backward in time. Protect the people at a minute's notice. That was the idea. So I joined up, wanted to make a difference. And I did, but... Things fell apart. Ah, that ain't it. Now it looks like I'm the last Minuteman left standing. Uhle? Was sind Uhle? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Uhle sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Ghouls? What are ghouls? Wow. You really aren't from around here, are you? Ghouls are... irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time. But they're still just people. Nope. The ones I'm talking about are different. The radiations rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. God damn it. Anyway. We figured Concord would be a safe place to settle. Those Raiders proved us wrong. Minigun. But... Well, we do have one idea. Minigun. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Minigun. Now we're talking. I know, right? Only there's one hitch. The suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. Codsworth! Du bist... Noch da. Also... Könnten andere auch noch am Leben sein. Natürlich bin ich doch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts am haben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihr Mann sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist er überhaupt? Codsworth! You're... Still here. So... Other people could still be alive too. Well, of course I'm still here. Surely you didn't think a little radiation could deter the pride of General Atomics International. But you seem the worst for wear. Best not let the hubby see you in that state, huh? That is, sir, by the way. The Day of 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 the Day. Vielen Dank.